Moin Moin und willkommen zurück zu Hardcore Körbel mit etwas Verspätung, da ich am Donnerstagabend einfach viel zu spät zu Hause war und dann auch keinen Bock mehr hatte aufzunehmen. Man möge es mir hoffentlich verzeihen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Und ja, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich uns ein paar Verträge zusammengestellt, denn wir haben noch so ein paar Tage runter zu daddeln, nämlich genau genommen noch so knapp über 170 bis unser Satellit in den Duna-Einflussbereich eintritt. Und in der Zeit möchte ich gerne noch ein bisschen Geld sammeln und auch Reputation, damit wir größere Verträge bekommen und auch unsere Körbels weiter trainieren. Und dafür habe ich uns ein bisschen was zusammengestellt für Minmus. Und zwar haben wir Plant Flag on Minmus, Science Data from Space Around Minmus, Science Data from Surface of Minmus und Science Data from Space Around Körbel. Das heißt, wir können eigentlich mit einem Flug alle diese Dinge hier erledigen. Und dafür habe ich auch schon eine Crew mir ausgeguckt. Und zwar möchte ich gerne Goga, Kynub und Ben losschicken. Das ist ein Engineer, Scientist und Pilot. Die sind ja alle frisch gerettet quasi. Das sind unsere Neuzugänge. Willkommen erst mal, ihr drei, im Raumfahrtprogramm. Und die können wir natürlich auch noch damit trainieren, dass wir sie nach Minmus schicken. Und das machen wir auf jeden Fall. Jetzt möchte ich aber nicht so eine 0815-Mission machen, weil wir waren ja schon mal ein bisschen bei Minmus, sondern ich möchte auch beginnen, neue Module zu testen mit Lebenserhaltung. Das heißt, ich möchte einen Flug im Prinzip starten, bei dem wir uns das erste Mal auch damit beschäftigen, tatsächlich auszuprobieren, dass wir Lebenserhaltung im Weltall selber produzieren, also selber gar nicht so große Vorräte mitnehmen, sondern eben mit den USi-Parts im Idealfall dafür sorgen können, dass wir uns zu großen Teilen selbst versorgen. Jetzt gucke ich mal, was wir hier hatten. Also das sieht ja aus wie ein relativ respektabler Minmus-Länder. Und wir brauchen am Ende des Tages gar nicht so viel Science-Kram. Ich gucke, was da dran ist. Da ist ein Thermometer und bla. Wir können den Mystery-Go, glaube ich, abbauen. Den brauchen wir nicht unbedingt. So, und jetzt kommt mal der spannende Part. Wir haben, wenn wir so jetzt losfliegen, 106 Tage. Wieso haben wir denn, wieso ist das denn so viel? Für drei Leute sind da 106 Tage drin. So viel ist das? Tatsächlich. Tatsächlich. Das ist ja gar nicht schlecht. Okay. Gut. Und wir haben eine Delta-V von 6700. Das sieht auch erst mal ganz okay aus. Jetzt gucken wir mal, was wir aus dem Colonization-Bereich so für Möglichkeiten haben und was eventuell Sinn macht, mal unterwegs auszuprobieren. Und zwar hätten wir da zum Beispiel das Pioneer-Modul. Das wäre ja mal so ein erster Einstieg, die Orbital-Variante davon. So, damit können wir aus Strom und Schmutz und Schmutzwasser und CO2 Essen, Wasser und Sauerstoff produzieren. Prinzipiell ja schon mal gar nicht so schlecht. Also, damit hätten wir die Möglichkeit, uns schon mal ein bisschen autarker zu machen. Und da das so ein Einstiegsmodul ist, würde ich sagen, wir gucken uns das mal an. Was wiegt das? 3,75 Tonnen. Macht natürlich die Rakete ein bisschen schwerer. Ich würde sagen, wir kaufen es uns mal und gucken mal, was das mit unserem Delta-V macht, wenn wir das hier einbauen. Also, wir waren jetzt bei 6700. Wir gehen runter auf 5900. Das ist natürlich igitigit. Das ist ein bisschen viel des Guten. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwas Leichteres in dem Bereich finden. Scan-O-Matic-Soil-Dings-Pumps. Können natürlich auch da oben ein wenig rumforschen. Gibt es noch was Leichteres bisher, mit dem wir was anfangen können. Moment nicht wirklich, ne? Im Moment nicht wirklich. Okay, was haben wir hier? Attachment-Point, Comlab, Control-Module, Air-Log, Attachment-Point. Okay, hilft uns auch nicht. Portable Smelter, Regular Shifter. Nope. Hilft uns auch nicht wirklich weiter. Inflatable Logistik-Modules. Nö. Nö, 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 nö. Ja, das heißt, wir haben im Moment tatsächlich nur sinnvoll für den Orbit das Pioneer-Module. Nur wenn ich mir die Rakete auch so gerade angucke, in dem Zustand werden wir nicht allzu weit kommen. Das wird ein bisschen viel des Guten. Und wir sind auch Delta-V-technisch vorsichtig gesagt ein bisschen drüber, über dem was wir tun sollten. Weil wir brauchen so ungefähr 5500, um nach Minmus zu kommen. Wir werden noch mal so 500 brauchen, um da hoch und runter zu kommen. Und wir müssen auch wieder zurückfliegen. Deshalb wäre das tatsächlich fast ein bisschen viel. Okay, wisst ihr was? Wir konzipieren uns eine komplett neue Rakete. Und zwar jetzt mal darauf ausgelegt, auch wirklich mit Live-Support zu arbeiten. Das heißt, wir nehmen uns hier unsere Kollegen und stecken die auf jeden Fall in eine große Kapsel. Denn wir wollen... Ja, wir nehmen auch ein etwas größeres Hitze schuld als das hier. So. Denn wir wollen ja drei Leute mitnehmen. Damit haben wir auch schon mal drei Tage Vorrat und können uns jetzt zumindest ein bisschen was sparen. Und das wird jetzt dann die Minmus Autarkie Expedition. Also wir versuchen das erste Mal wirklich dafür zu sorgen, dass wir relativ autark mit den Geschichten arbeiten können. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein ordentlicher Fallschirm. Und ich würde sagen, jetzt können wir mal den hier ausprobieren. Das Einzige, was wir da noch drunter bauen, ist glaube ich ein bisschen Strom. Damit wir erst mal nicht mehr so unlinear und aerodynamisch ineffizient bauen müssen. Zack. Zack. So. Was haben wir denn hier noch schönes? Oxygen Tanks. Wassertanks. Waste Water. Water Purifier. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber wir können sonst noch kein Essen herstellen. Also Strom. Hahaha. Also wir haben momentan tatsächlich nur das Pioneer Modul, um Essen herzustellen. Also sollten wir uns noch daran halten. Okay. Also wenn wir damit fertig sind. Das wird dann unsere Rückkehrstufe. Vielleicht machen wir uns noch ein paar Bremsfallschirme ran. Wir machen uns noch ein paar Bremsfallschirme ran. Und zwar irgendwie so drei Stück. Dass wir einmal noch sauber bremsen können, wenn irgendwas ist. Aber vielleicht legen wir die ein bisschen höher. So. Für den Wiedereintritt. Dann sollten wir hier eine schöne Wiedereintrittsstufe haben. Das müsste doch theoretisch ganz gut funktionieren. Und dann werden wir uns auf jeden Fall da einen Decoupler hinbauen. Und jetzt kommt der interessante Part. Wie machen wir das mit der Landeeinheit, ohne zu schwer zu werden? Ich gucke jetzt einfach mal. Also wir haben ja quasi hier mit Colonization das da. Das ist ja mehr oder weniger gesetzt, dass wir uns mit dem Thema so beschäftigen müssen. Und dafür werden wir auf jeden Fall auch Strom gebrauchen. Und davon wahrscheinlich nicht wenig. Hatten wir nicht schon die großen Panels uns besorgt? Mir war so, oder? Ja. Sehr schön. Okay, dann gucken wir mal, dass wir hier die großen Panels hinbekommen. Und... Hat das noch gar keinen... Uns? Ne. Ich hatte gedacht, dass hier noch Machinery rein muss. Aber scheinbar ist das gar nicht so. Ne, braucht kein Machinery. Okay. Das sind das die anderen Sachen. Okay, also. Dann haben wir hier genug Strom, um unterwegs auch lebenserhaltende Maßnahmen zu ergreifen. Sprich, uns zu versorgen. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Und dann haben wir den Bedarf einer Antriebsstufe auf jeden Fall. Wir wollen ja irgendwo hin. Und als Antrieb hatte sich der Pudel ganz gut bewährt. Oh, schön. Skycrane. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da ordentlich dicke, fette Beine drunter setzen. Damit wir auf jeden Fall nicht irgendwie stumpf umkippen. Und ich glaube, das Fetteste, was wir im Moment haben, sind tatsächlich die Dinger hier. Jetzt schauen wir mal. Da ist unser Eingang. Da ist auch eine Leiter. Okay. Dann... Mock wieder zu. Oh, das sieht aber gar nicht so gut aus, ne? Wie haben wir das denn bei Minmus 4 gemacht? Dass wir da noch keinen Bodenkontakt hatten. Jetzt müssen wir ganz kurz die Minmus 4 laden. Ja, ja. Save and continue. Da hatten wir doch... Minmus 4. Da waren doch auch so Landebeine dran, oder nicht? Oh, die habe ich nach unten geschoben. Alles klar. Alles klar. Gut, dann machen wir das hier mal auch so. Gott sei Dank haben wir die Designs aufgehoben. Wo ist sie denn? Da ist sie ja. So, dann verschieben wir die guten Jungs mal auf jeden Fall ein bisschen nach unten. Damit hier nicht Bodenkontakt hergestellt wird. So sollte das okay sein. Und... Ja, jetzt lass mal überlegen. Wir haben... Wir haben... Dada, wir haben Dada... Wir haben halt natürlich jetzt sehr, sehr, sehr wenig Reserven mit dabei. Ähm... Was unsere Lebenserhaltung angeht. Das heißt, ich überlege gerade, ob wir nicht noch eine Kleinigkeit mitnehmen von der Lebenserhaltung. Zumindest so ein bisschen was. Wir haben noch bestimmt schon Live-Support-Food, Live-Support-Supplies, dass wir hier eine kleine Can uns nochmal besorgen. Und wenn wir die mit reinnehmen, sollten wir nämlich aus dem einen Tag, den wir momentan haben... Jetzt gucken wir mal, dass wir das bisschen weniger viel machen. Kriegen wir das dann gut rangezimmert? Vielleicht zwei davon. Gucken, was dann passiert. Zehn Tage. Zehn Tage klingt gut. Dann können wir nämlich noch notfalls abbrechen, wenn wir merken, dass das nicht funktioniert. Und haben genug Zeit, wieder einen sauberen Eintritt zu fliegen. Ähm... Haben aber jetzt nicht so übermäßig viel mit dabei, dass es sich nicht lohnen würde, den Kram dazu benutzen. So. Gut. Dann haben wir das. Dann würde ich sagen, als nächstes, äh... Die Stufe, die uns hochbringt. Und da machen wir gar keine großen Experimente, hätte ich gesagt. Wir nehmen einfach wieder hier schön... Ich vier davon. Ich hoffe, das reicht uns. Schauen wir mal. Was die Antriebsstufe so sagt. Dann sind wir bei der TVA von 0,6,8. Das ist ein bisschen wenig. Ein bisschen was raus. 0,8,3. Das sieht schon besser aus. Und packen uns da noch ein paar D-Köppler ran. Jetzt überlege ich gerade. Wir können mal ein anderes Konzept probieren. Wir haben ja mittlerweile ein bisschen Luft, was das angeht. Masse sind wir, glaube ich, gar nicht mehr beschränkt. Glaub ich. Das heißt, wir könnten jetzt einfach mal probieren, dass wir Folgendes tun. Äh... Wir gehen... Das sind nochmal die falschen D-Köppler. Haben wir nichts größeres? Da sind noch die großen. Wollte ich schon sagen. So. Wir gehen hier mal mit Tanks ran. Zack. Und nehmen uns statt der Dinge... Nehmen wir jetzt... Also statt Feststoffboostern nehmen wir jetzt vier von denen hier. Also von den großen. Das macht die Sache natürlich auch ein bisschen teurer. Aber wir haben viele Missionen, die wir erledigen können. Und gibt uns halt auch einen gewaltigen Boost an Delta V mit rein. Mal schauen. Jetzt setzen wir, glaube ich, hier nochmal den mit drauf. Zack. Und strutten das ein bisschen fest. Zack. Und... Zack. So. Das sollte der ganzen Sache ein bisschen Stabilität geben. Zumindest ein bisschen. Jetzt brauchen wir einmal die hier. Neu dazu. Schwupp. Ja. Das wird... So. Dann haben wir 1,3 Delta V. Das ist... 1,3 Delta V sag ich schon. TWR von 1,3. Und wir haben 6400 Delta V. Das sieht relativ okayig aus. Jetzt gucken wir noch, dass wir uns ein bisschen Kontrollflächen dazu bringen. Zack. Und dann brauchen wir natürlich noch unsere hervorragende Startvorrichtung. So. Und was wir machen wollen ist, wir wollen quasi die vier zuerst starten. Zusammen mit dem mittleren Triebwerk. Zack. Und... Jetzt dürfen wir das natürlich nicht vergessen. Wir wollen, dass sich die mittlere Rakete zu allererst mal aus ihren Kollegen in der Mitte... äh... von außen speist. Zack. So. Damit haben wir dann nämlich sichergestellt... Jetzt warte mal 1,2,3... Genau. Damit haben wir sichergestellt, dass die Rakete im letzten Schwung, wenn wir das hier abtrennen, quasi noch volle Tanks hat. Und wir damit arbeiten können. Parachute Smithing stimmt so nicht. Generated but not used. Also das werden wir schon für sorgen, dass das geused wird. Monopropellant brauchen wir nicht. So. Dann trennen wir die irgendwann ab. Dann kommen wir irgendwann zu dem Punkt, dass wir den Kram hier auch abtrennen. Da können wir aber auch gleich das nächste Triebwerk zünden. Und dann dead. So. Das sieht glaube ich soweit erstmal in Ordnung aus. Wie es fliegt, werden wir gleich sehen. Und jetzt schmeißen wir hier mal unsere erfahrenen Oberpiloten raus. Und setzen den Ben als Piloten rein. Den Kynop als Scientist. Und den Goga als Engineer. So. Sehr schön. Dann haben wir jetzt mit der Crew quasi 10 Tage Zeit zu lernen, wie wir damit umgehen können, uns Sachen zu generieren. Also quasi uns am Leben zu erhalten. Wir haben auf jeden Fall genug Elektrizitätsspeicher. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und kämpfen uns als erstes mal ganz gewagt in den Orbit hoch. Und bevor wir nach Minmus rüberfliegen, testen wir halt einmal, wie wir damit klarkommen, uns Sachen zu erzeugen. Und bevor ich es jetzt vergesse, wir brauchen auf jeden Fall Funk für die ganze Geschichte. Damit wir unsere Science Daten auch schon mal übertragen können. Und wilde Berichte senden, wie gut oder nicht gut das hier funktioniert. So. Unser erster Versuch einer Rakete, die wirklich auch Ressourcen wiederherstellen kann in so einer Art kleinen Treibhaus. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Und ich hoffe mal, dass unsere Kürbelkandidaten hier nicht elendig verrecken werden. So. Und ich würde sagen, heute machen wir mal die ganz einfache Variante. Ich starte das jetzt mal und mache dann einfach einen kurzen Schnitt. Unter der Annahme, dass das gut läuft und nicht alles in 1000 Teile verfällt. Dann mache ich jetzt gleich keinen Schnitt, sondern ihr werdet jetzt sehen, wie es abstürzt. Damit ich euch keine böse Musik vorsetzen muss und wir auch nicht viel Zeit verschwenden. Und fliegt das Ding mal in den Orbit hoch. Beziehungsweise macht der Ben das für uns. Also mal gucken, wie es läuft. So. Und da sind wir im Orbit von Kürbeln. Ich habe jetzt so einen knappen 100 Kilometer Orbit erst mal eingeschlagen. Und wir sind oben und haben unsere knapp 16 Tage Live-Support, der langsam runter zählt. Sowohl was Wasseressen als auch Oxygen angeht. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal den Live-Support und gucken mal, was passiert. Oh, Oxygen zählt sogar hoch. Das ist gut. Food. Ne, scheint relativ stabil zu sein. Zählt auch leicht hoch. Auch Water zählt hoch. Also, das scheint okay zu sein. Und jetzt gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ob wir eventuell mit einem Engineer das sogar noch verbessern können. Das weiß ich nicht. Da könnt ihr mir mal sagen, haben Engineers Einfluss auf so ein Kram. Aber wir schicken auf jeden Fall mal den Engineer und den Scientist, also Goga und Kynoop, nach hinten in unser Verwaltungsmodul, nenne ich es jetzt mal. Oder in unser Pioneer-Modul, dann können die da hinten schon mal Informationen sammeln. Also, es sieht relativ gut aus, dass wir auf jeden Fall stabil sind mit dem Live-Support. 16 Tage ist jetzt natürlich kein großer Puffer, aber wir sind ja Pioniere und wollen das erste Mal Dinge ausprobieren. Und da muss man auch mal Risiken eingehen. Und ich würde sagen, die Jungs haben sich natürlich freiwillig gemeldet für diesen Einsatz. Also sind sie auch bereit, diese Risiken einzugehen. Und wir bereiten jetzt mal alles dafür vor, dass wir die Jungs dann gleich in Richtung Minmus rausschießen. Weil meine Unterstellung wäre, dass wir im Prinzip alles haben, was wir brauchen, um die Minmus-Mission mit diesen geringen Vorräten vorzubereiten. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum ich diese Mission mache, dann nicht um den riesigen Nervenkitzel zu erzeugen und dafür zu sorgen, dass diese drei Körbels potenziell unbedingt sterben müssen. Sondern wenn wir, und das zeichnet sich ja langsam ab, wenn der Satellit dann mal angekommen ist und die ersten Inputs gesammelt hat, zu anderen Planeten fliegen wollen, tatsächlich wird das Live-Support-Zeugs irgendwann zum Problem. Weil das sehr, sehr schwer wird, so viel essen. Wir müssen ja wirklich für aberhunderte Tage essen und Wasser und Sauerstoff mitnehmen. Und die Überlegung ist halt, mit solchen Modulen jetzt schon mal Erfahrung zu sammeln. Also jetzt zum Beispiel zu gucken, okay, können wir mit drei Körbels uns mit so einem Pioneer-Modul zum Beispiel versorgen auf so einem langen Flug? Und wenn das funktioniert, wissen wir halt, wir haben ein relativ stabiles Gewicht von 3, irgendwas Tonnen oder so, was das wiegt. Und müssen uns eben nicht mehr damit befassen, ganz so viel Ausrüstung mitzunehmen oder Vorräte mitzunehmen. Sondern wir nehmen halt einen gewissen Grundvorrat mit und gewisse Speichermöglichkeiten eben für den Verbrauch. Weil ich denke, das wird sich nicht ganz ausgehen. Ich nehme an, dass wir hier auch ein bisschen abbauen werden. Das sieht man hier auch, Karbondioxid wird halt weniger. Aber wir können jetzt schon mal Erfahrung sammeln. Wir haben jetzt einen 16-Tage-Vorrat, wie viele Tage wir damit unterwegs sein können. Das birgt natürlich auch immer ein gewisses Risiko. Also mir ist jetzt auch schon durch den Kopf geschossen. Man hätte vielleicht noch einen gesperrten Zusatzvorrat mitnehmen können. Aber wir probieren das jetzt einfach mal ganz vorsichtig und in Ruhe aus. Und gucken mal, wie weit wir damit kommen. So. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin nebenbei mal so ein bisschen aufs Manöver ausgerichtet. Und jetzt sehen wir es hier auch. Also wir haben definitiv beim Karbondioxid als auch beim Wastewater natürlich Verluste drin. Aber das heißt auch, wir können jetzt erstmal noch... Wir wissen ja, dass es prinzipiell funktioniert. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal den Live-Support abschalten. Und dass wir uns da nicht ganz so viele Sorgen drum machen müssen. Und warum ist das eigentlich eine Station? Wir sind doch keine Station. Wir sind ein Raumschiff. Verdammt. Rename Vessel. Ship. Accept. So. Wahrscheinlich hat er jetzt direkt gedacht, weil wir das eine UKS-Modul oder UCI-Modul oder was auch immer Modul mit drin haben, dass wir jetzt eine Raumstation sind. Sind wir aber gar nicht. Wir sind ja ein Raumschiff. Und dabei soll es natürlich auch bleiben. So. Was ich jetzt mache, ist halt hier einfach erstmal ein bisschen Ressourcen auch sammeln. Weil wir müssen ja diese Ressourcen quasi wieder umwandeln. Und es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie da umzuwandeln, während wir hier zum Beispiel auch noch alles relativ voll haben. Und wir machen mal währenddessen unser kleines Manöhrchen, um uns auf die Plane vom Minus einzuschießen. Dass wir da einen sauberen Anflugwinkel hinbekommen. Und es sieht auch Delta V-technisch alles sehr, sehr entspannt aus. Also wir können einen Großteil des Manövers auf jeden Fall mit unserem Hauptbetrieb weg... Aha! Aus! Hab ich gesagt. Aus! So. Ein Großteil des Manövers mit unserem Haupttriebwerk fliegen. Ähm. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo der Minmus ist. Da ist der Minmus. Dann würde ich mal vermuten, da ist unser Exit-Winkel. Schauen wir mal. Da, 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 da. Einmal nach draußen zum Herrn Minmus, bitte. Ein bisschen mehr darüber noch. Mal gucken wir da. Da haben wir noch einen schönen Treffer. So. Minmus Periopsis 1,7. Das ist fast noch ein bisschen, bisschen weit weg, ne? So, wir haben noch 14 Minuten Zeit an den Manöver rumzuspielen. Das sieht man aber auch nix hier. So. So. Jetzt gucken wir mal. Also. Okay. Das können wir eigentlich kürzer machen. Schluck. So. Wir wollen ja auch ein bisschen Strecke machen. Und das soll ja auch ein bisschen spannend bleiben auf unserer Reise in Richtung Minmus. die wir heute auch ein bisschen vorsichtiger angehen werden. Einfach nur deswegen, weil ich will auf jeden Fall das hier alles im Auge behalten. auch mit also. Oh. Nicht hin und her flackern. Ich möchte sehen, dass wir hier genug Vorräte haben. Dass wir hier aber auch noch genug Vorräte haben. Und wir haben halt im Prinzip ein Abbruchzeitfenster von knapp 16 Tagen, wenn ich es nicht total verpeile. Ähm. Dass wir halt entscheiden können. Okay. Das funktioniert nicht so. Und wir können zurück. Das müsste theoretisch reichen, um zurückzukommen. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne. Wir hatten in den letzten Minmus-Missionen immer so um und bei 14 Tage oder sowas für den Rückflug. Das heißt, wir haben eine Return-Möglichkeit. Also Ben, Goga, Kynop, seid unbesorgt. Euren Körlitz geht's gut. Und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass es denen weiterhin gut gehen wird. Ähm. Und wir haben auf jeden Fall... Es ist kein völliges Himmelfahrts-Kommando. Also da kann ich euch schon mal beruhigen. Ähm. Wir haben da die Möglichkeit auch abzubrechen und zurückzufliegen, wenn wir sehen, dass es gar nicht funktioniert. Und dann hoffentlich halt mit den Vorräten, die wir haben und unserem kleinen Labor dafür zu sorgen, dass wir zumindest, wenn es schon nicht perfekt läuft, wir zumindest die Vorräte haben, um euch in einem Stück und noch atmend zurückzubringen. So. Jetzt gucken wir mal, dass das hier sauber ausgerichtet ist. Und... Feuer frei. So. Wir brennen jetzt unsere Raketenstufe, also unsere momentane Hauptstufe quasi. Die wird nicht mehr lange halten. Ich glaube, da sind wir auch schon auf dem letzten Tank. Jawohl. Aber ich bin ziemlich optimistisch, dass die ein Großteil des Manövers halten wird. Und dann machen wir den Rest noch mit unserem kleinen Triebwerk. Da hatten wir ja die Erfahrung gehabt, dass wir irgendwie danach noch 1500 Delta V oder sowas haben nach der Abtrennung. Das reicht auf jeden Fall, um die Landung zu machen und wieder zu starten. Das kostet so irgendwie 500, 600 Delta V, je nachdem wie sauber oder nicht sauber wir das machen. Und dann haben wir noch um und bei 1000 Delta V, um zurückzufliegen. Schrägstrich, was ich jetzt vergessen habe, natürlich das Orbitmanöver zu machen. Aber das Orbitmanöver bei Minmus sollte theoretisch nicht besonders treibstoffintensiv sein. So, da kommt unser Kurs. Oh, guck mal. Da kommen wir noch am Mann vorbei. Oder am Mond. So, jetzt trennen wir mal. Die nächste Stufe ab. Und sehen zu, dass wir hier den Rest noch machen. Schwupp. Und das geht auch relativ flink. Also wir haben jetzt 1500 Delta V wie gesagt. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir das ordentlich machen. Die letzten paar Meter. So. Da. Und wenn ihr alles richtig seht. So. Komm schon. Oh, das sieht alles ein bisschen komisch aus hier. Komm. Oh, jetzt flackert das so, ne? Wir unterstellen jetzt einfach mal, dass ich da ankomme. Gut. Wir wären jetzt an der Periapsis wieder in 18 Tagen. Okay. Das heißt, wir wären ein bisschen übers Zeitfenster rüber. Und ich korrigiere da hinten nochmal das Manöver dann ein bisschen. Das heißt, was wir jetzt erstmal machen. Wir haben jetzt quasi sieben Tage bis nach Körben raus. Äh, nach Körben raus. Oh Gott, oh Gott. Ich bin ein verwirrter alter Mann. Wir haben jetzt einiges an Tagen nach draußen zum Minmus. Und ich würde sagen, das wird dann unsere Anflugphase, in der wir mit dem Live-Support rumspielen. Und gucken wir, jetzt hat sich das auch ein bisschen stabilisiert mit dem Treffer. Naja, so richtig nicht. Aber sobald ich in den Zeitreffer reingehe, passt das. Und ja, ich glaube zeitlich sind wir jetzt in einem Rahmen, wo wir sagen können, das reicht für diese Folge. Wir sind dabei, ein bisschen Waste-Products zu sammeln. Das heißt, wir können dann auch beginnen, Live-Support aufzubauen. Ähm, ja. Und sind jetzt quasi auf einem einmal am Minmus vorbei. Und alles wird gut, Return Orbit. Und was wir jetzt noch zum Abschluss dieser Folge erledigen, ist einmal Crew-Report sammeln und den nach Hause schicken. Ja, 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 ja. Komm. Mach jetzt an hier. Activate. Haben wir Verbindung irgendwo hin? Äh, wir könnten uns... Wo sind wir? Wo sind wir denn? Wir sind schon hier draußen. Wir könnten uns eine Verbindung zum COMSA 2.0 ergaunern. Ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt noch. Target ist... Äh, ja, welcher denn? Hahaha. Verdammt. Okay. Das war tatsächlich die richtige. Glück gehabt. Äh, nicht set as Target. Switch to. So. Und den geben wir jetzt einmal unseren kleinen Freund hier als Ziel an. Abwohl, wir müssten eigentlich schon... Wir haben sogar schon eine grüne Verbindung, ne? Weil... Weil der eine Omni-Antenne hat, in deren Bereich wir drin sind. Das sollte sogar schon reichen. So, dann können wir nämlich unseren Crew-Report jetzt noch senden. Review-Report. Und los geht's. Dann haben wir das schon mal durch. Und damit unseren ersten Auftrag erledigt. Nämlich Science Data from Space Around Carbon. Die ersten 10% der Raketenkosten sind drin. Wir haben ein paar Science-Punkte gesammelt. Und freuen uns alle ganz tierisch. Und dann sehen wir nächste Woche, wie es weitergeht. Auf unserer ersten, hoffentlich relativ autarken. Zumindest so lange, bis uns nicht alles ausgeht. Äh, Mission in Richtung Minmus. Und ich drücke Ben-Goga und Kino mal ganz fest für die Daumen, dass das alles gut geht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert. Und... Tschüß! Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020